Neu zurück. Okay. Alles ein bisschen crazy hier. Oh. Hoppala, das wollte ich jetzt nicht machen. Uh. Ah, okay. Das sind Pfeilen. Das ist ja nicht übel. So. Hey. Ach, scheiße. Muss ich unbedingt seine scheiße Waffe auswählen. Ach, das ist... Leck mich doch. An der kommt ja nicht vorbei, Sir. Weißt du, wen wir hier jagen? Versuch nicht, den Helden zu spielen. Na was, wenn niemand in meiner Nähe ist? Dann mach beim Sterben möglichst viel Lärm. Tritt irgendwas um, wenn du kannst. Bastard. Ich glaube, ich sollte jetzt lieber sperren. Aha, scheiße. Geil. Ist vermutlich auch einer. Komm manchmal nachts her, um zu sterben. Verschwinden einfach im Wasser und das war's. Irgendjemanden gesehen, der krank aussieht? Na, auf jemanden ausgesehen. Äh... LOL. Ja, ja, ja. Ähm, irgendwie habe ich das alles hier nicht verstanden. So, Moment. Ich will jetzt noch mal kurz noch mal schauen. Äh... Wie können ich jetzt hier unten packen? In der Schnellsprache... Aha, 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 aha. Kräftemini, Notizen... So, so. Locken, Würgen. Da, Linde umschalt. So. Ich habe gehört, du hast dich beim Karkenspielen komplett ausnehmen lassen. Sehr gut. Augen auf, ihr Würmer. Während meiner Wache kommt er hier nicht durch. Moment mal. Fuck. Scheiße. Sorry, musste etwas konzentrieren. Ich wollte auch nicht die... Ähm, die... Manchmal... Manchmal... Naja. Ich wollte auch nicht die, ähm, die ganzen spannenden Sequenzen durchquatschen. So. So. So müde, neue Nacht, neue Wacht mit dir. Wow. Fick dich. Mano. Bin ich zu blöd dafür, oder was? Äh, ach, 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 ach. Wie gesagt, ich muss noch viel lernen in diesem Spiel. Deswegen bitte nicht wundern, meine lieben Leute. Puh. Und ich möchte auch ein bisschen so taktisch herangehen. Puh. So, Armbruch. So. Aha, da geht's noch weiter lang. Ja, 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 ja. Ist da jemand? Ui, ja, ja. Er muss hier irgendwo sein. Scheiße. Scheiße. Ach, lächel mich. Alter, ich bin da zu schlecht für das Spiel. Ey. Alter. Ihr warst überhaupt nicht, wo ich überhaupt lang muss. Ihr warst gar nichts. Verdammt. So. Hallo. Alter. So. So. Plündern. So. Wie mach ich das? Ich will mich sehr wenig bolzen, weil es gibt sehr begrenzte Munition. Sehr, sehr begrenzt. Mieser, dreckiger Abschaum. Ich könnte jetzt einen schönen Kopfschuss verpassen, aber ich weiß nichts. Sag mir, wenn du wieder um die Hunde spielen willst. Neue Nacht, neue Wacht mit dir. Aha. Scheiße. Du kleines Dreckstück. Mieser, dreckiger Abschaum. Lass dich von oben auf einen Gegner herabfallen und rücke, bevor du auf ihm landest, um einen Falkenangriff aufzuführen. Du erleidest durch den Sturz kein Schaden. Aha. Aber will ich das? Haha. Verdammt. Na okay, ich lasse ihn mal in der Ruhe. Weil durch Plündern bekomme ich noch genügend Erfahrung. So. Sehr gut. Scheiße. Sehr gut. Deswegen speichere ich ihn mal jetzt kurz. Ja, ja. Kann ich. Das ist kein großes Ding. So. Sehr gut. Ja, so kann ich öfters machen. Ähm. Scheiße. Mir fällt gerade ein, dass ich, äh, ja. Wo ist Sprinten? Verdammt. Sprinten, Sprinten, Sprinten. Ach Mann, wo? So, so, linke Umschalt und Solidarität um. Ja, mach ich. Ist besser für bestimmt. Gut. Achtung, oder Frau Kanzler. Wir hatten die Verstorben. Verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin und das Verschwinden. Hier drüben. Schnell, ich bin ein Frosch. Ich bin Samuel. Ich arbeite für ein paar ehrbare Leute, die Sie gern treffen würden. Sie sagten mir, Sie kämen hier raus. Aber ich kann es immer noch kaum glauben. Ich bringe Sie zum Töpfpunkt. Einfach nur den Fluss runter. Na gut, warten Sie. Ich brauche noch einen Augenblick. Alter, von der scheißgeile Grafik. Muss ich echt sagen, ja. Ja, bitte. Alter Schwede, wie geil ist denn das? Abgeschlossen. Sehr gut. Huch. Ja, ja, ja. Fickzeug doch. Leichen und Bewusstseinspersonen entdeckt. Zwei. Allgemeiner Charakter, Gesamthoch. Aha, niemand. Geist nicht entdeckt worden. Aha. Aha, okay. Ich verstehe. Okay, das wird sehr interessant werden, das alles. Wo sehe ich? Houndpitzbob. Houndpitzbob. Versteckte Verbündete. Deine neuen Verbündete, die sich in einem alten Pub am Fluss verstecken, wollen dir ihre Pläne vorstellen. Triff dich mit dem Anführer der Kaisertreuen, um herauszufinden, was sie vorhaben. Außerverständlich, denn ich bin Cursor P. Oder Corvo Adano. Geil. Alter, später. Das ist der Houndpitzbob. Für Kundschaft geschlossen, der halbe Bezirk als Seuchengebiet markiert. Direkt unter der Nase des Lord Regenten und er merkt gar nichts davon. Aha. Ach du Scheiße. Wenn jemand an uns findet, was wir hier tun, wird uns die Wache mit gezogenen Schwertern stürmen. Und der Lord Regent wird jetzt nach ihrer Flucht die Stadt auf den Kopf stellen. Aha. Wir haben Admiral Havelock und die anderen Kaisertreuen getroffen. Auf den Admiral kann man zählen. Wenn jemand ihnen helfen kann, Lady Emily zu finden und ihren Namen reinzuwaschen, dann er. Okay, weil das ist aber schon ungeholt. Sehr gut. Houndpitzbob.